Servus und herzlich willkommen zurück. Ja, da ist man mal eine Woche nicht on, guckt nichts an, liest nichts durch und umso größer ist der Schock, wenn man dann wieder daheim ist und aufs Handy schaut und eine Mitteilung ins Gesicht geworfen bekommt, dass die Bento ein neues Machwerk hochgeladen hat. Wisst ihr, die Bento war ja schon lange fällig, die hatte ich ja schon lange auf dem Zettel, aber irgendwie ist immer wieder mal was dazwischen gekommen oder andere haben ihren Bullshit fabriziert und so ist das dann in meiner Prioritätenliste immer weiter unten abgerutscht, denn eigentlich ist natürlich Bento inhaltlich eine extrem tiefhängende Frucht. Aber wisst ihr, es macht manchmal auch einfach Spaß, sich an solchen, ja, schon leicht angegammelten Früchten zu ergötzen, in dem Wissen, dass man daraus wenigstens noch einen vernünftigen Schnaps machen kann. Nun, deswegen schaue ich mir heute also mal das neueste Machwerk der Bento an. Der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, die haben ja vor ein paar Wochen eine extrem peinliche Serie gestartet mit dem Titel Nach den Rechten sehen. Also allein für den Wortwitz gehört schon mal der Verantwortliche, ähm, gesteinigt, gekreuzigt, genagelt, ich weiß es nicht. Denkt euch da eure eigene Bestrafungsmethode aus, aber der Wortwitz ist schon mal extrem scheiße und lässt nicht sehr viel Gutes erhoffen. Aber gut, naja, was wurde sich da bisher so thematisch angenommen? Natürlich der omnipräsente Alltagsrassismus zum Beispiel. Ähm, was jetzt aber auch ganz wichtig ist, ist natürlich, ja, was macht man jetzt, wenn man Leute in der Familie hat, die eine andere Meinung haben als man selber? Ja, also das ist ja ganz stressig und ganz störend, wenn man dann so als linksgrün versifftes Hippie-Öko-Mädel von der Freiburger Uni nach Hause kommt und die Eltern sind da möglicherweise konservative oder gar tatsächlich rechts, also im klassischen Sinne. Hm, unangenehm, ja, und deswegen möchten wir uns heute mal dieses Machwerk uns reinziehen. Ich will gar nicht zu sehr im Vorfeld schon alles vorwegnehmen, deswegen, ich werde einfach wieder in typischer Manier stoppen und ab und zu mal meine Meinung abgeben. Und das Original findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, das Ganze geht etwas über 10 Minuten, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das komplett abspielen werde oder einfach entsprechend da mal schneiden werde, aber wenn, dann sage ich euch da natürlich Bescheid. Also, in diesem Sinne, legen wir los, Film ab. Teilweise wirklich hat meine Familie das Kreuz bei der AfD gemacht. Also so, wow, das habt ihr nicht, so, ich dachte ja, seid vernünftig. Weil sie diese Meinung haben, heißt es ja nicht, dass ich sie weniger lieb habe, das sind ja trotzdem Menschen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Klar, natürlich, das sind ganz liebe Menschen, vor allem, solange sie einem möglicherweise noch das Studium oder die Ausbildung finanzieren, ich meine, dafür sind diese Menschen immer gut. Aber sonst, ich meine, da kann man sich dann schon mal mit diversen anderen linksradikalen Subjekten in eine Runde setzen und über die eigenen Verwandten ablästern, warum denn auch nicht, ja? Es ist einfach immer wieder wunderbar. Es gibt einfach Menschen, die sind sich vor nichts fies, ja? Also, wir werden ja gleich noch ein bisschen mehr über den Interviewpartner hier erfahren, aber das ist ja schon mal ein ganz, ganz toller Einstieg, ja? Ihr habt jetzt schon mal die ersten Sekunden gesehen und wisst genau, in welche Richtung die Reise hier gehen wird. Aber ich will jetzt hier auch nicht weiter drauf rumreiten, aber merkt euch dieses Gesicht, merkt euch diesen Gesichtsausdruck, dieses Verstehen, um Gottes Willen, da wählt jemand etwas, was ich nicht mag. Dieser Augenblick, wo das Gesicht einfach mal gefühlt irgendwie wie eine Ampel die Farbe wechselt, weil die Leute plötzlich merken, das Gegenüber ist nicht mit einem einer Meinung. Das sind so wunderbare Momente. Eigentlich müsste man da wirklich mal mit einer Kamera daneben stehen und das abfilmen, wie Leute tatsächlich bei sowas reagieren, beziehungsweise wie sich das Ganze dann auch in der Mimik und Gestik niederschlägt. Traumhaft. Aber ich schweife ab. Wir kommen jetzt mal tatsächlich zum Inhaltlichen. Das Intro überspringe ich an dieser Stelle, weil das hat man bei den anderen Videos genauso gesehen. In diesem Sinne gehen wir mal tatsächlich zum ersten inhaltlichen Punkt. Man kann versuchen, Menschen mit rechtem Gedankengut aus dem Weg zu gehen und sie zu meiden. Doch was passiert, wenn die Menschen, von denen man sich nicht einfach so abwenden kann und will, rechts werden? Was das mit Menschen und Familien macht, wollten wir von euch wissen. Wir haben sehr viele Rückmeinungen bekommen. Viele berichteten von Äußerungen durch Großeltern, Eltern und Geschwistern, die sie erschrecken und von schier aussichtslosen Diskussionen auf Familien feiern. Aber auch von rechtsradikalen Geschwistern, die für Gewalttaten verurteilt worden sind. Und davon, dass die Angst um die eigene Sicherheit doch zu groß ist, um ein Interview zu geben. Die gute alte Verrühre- und Herrscheschiene. Wundervoll. Zuerst wird über aussichtslose Diskussionen auf Familienfeiern gesprochen. Das ist ein Phänomen übrigens, das gibt es in allen politischen Lager. Und ich glaube, es gibt auch viele Patrioten, die linke Eltern oder Großeltern haben, mit denen bei gewissen Themen einfach nicht zu reden ist. Das ist nun mal so. Das sind Probleme, auf die man immer stoßen kann. Eigentlich völlig wurscht, welche politische Ansicht man vertritt. Aber das reicht ja nicht. Da hätten wir ja kein wirkliches Framing drin. Deswegen muss man nachher noch unbedingt die rechtsradikalen Geschwister einschleusen. Das Ganze quasi direkt miteinander zu verquicken. Also diverse Diskussionen auf Familienfeiern zu verquicken mit rechtsradikalen Elementen. Mindestens mal manipulativ, ungeschickt, wenn nicht sogar tatsächlich manipulativ, lösartig. Gut, aber jetzt kommen wir mal zum Interviewpartner. Wer ist denn das überhaupt, dieses junge Mädchen, das wir schon vorhin gesehen haben? Ich spreche heute mit Janine darüber, was die Aussagen ihrer Verwandten mit ihr machen und wie sie damit umgeht. Hi, ich bin Janine. 25 Jahre alt und habe bisher beim Radio gearbeitet. Teilweise wirklich hat meine Familie das Kreuz bei der AfD gemacht. Was ich damals nicht wusste, als die Wahl 2017 war, das war echt heftig. Ich habe nicht mehr in meiner Heimatstadt gelebt. Und dann bin ich ein paar Monate später hin und hatte halt gesagt, wie schrecklich ich das Ergebnis fand und so. Und dann kam erst raus, dass echt diejenigen, die halt zur Wahl gegangen sind, tatsächlich das Kreuz da gemacht. Das war so, wow, das habt ihr nicht. Ich dachte, ihr seid vernünftig. Und dann kam nur so ein, ja, wir wollten mal einen Denkzettel verpassen. Und aus diesem Denkzettel sind dann am Ende 13% geworden. Da hat jemand offensichtlich das Konzept eines Denkzettels nicht kapiert. Ein Denkzettel muss eine Spur hinterlassen. Man muss sich ja was merken, man soll ja was draus lernen. Ich meine, in deinem Umfeld waren das wohl die klassischen Protestwähler. Und das ist völlig okay. Jeder hat ein gewisses Motiv, warum er eine Partei wählt, beziehungsweise warum er eine Partei vielleicht nicht mehr wählt. Ja, das ist vollkommen legitim. Diesen Leuten ihre Vernunftbegabung abzusprechen, ja, hier von wegen, ich dachte, ihr seid vernünftig, ist zutiefst antidemokratisch. Das ist absolut ekelhaft. Ich kann diese moralisch überlegene Haltung von diesen Leuten überhaupt nicht ertragen, die so etwas sagen. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Lasst den Leuten verdammt nochmal ihre Wahl. Und wenn sie was ankreuzen, was euch nicht in den Kram passt, dann deal with it. Nichts anderes kann man von euch erwarten. Denn das gehört dazu. Noch leben wir nicht in der totalen Dominanz der SED wie zu DDR-Zeiten, ja, wo man nur eine Partei zum Ankreuzeln hat und die anderen im Prinzip sich dem Ganzen bedingungslos unterzuordnen haben. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Aber ich meine, 13 Prozent, ja, wie viel kann das Ganze bewirken, ja, in Wirklichkeit nicht allzu viel. Aber das hat ja schon mal das eigene Weltbild offensichtlich von dieser Frau gründlich ins Wanken gebracht. Denn, ähm, diverser nicht formulierter Klauseln zur Folge muss ja der Bundestag zu 100 Prozent mit linken oder hart linken Parteien besetzt sein, weil alles andere wäre ja nicht auszuhalten. Ihr merkt schon, ich bin nicht gerade angetan von dieser Aussage, aber wir können gespannt sein, was in der Folge jetzt noch kommt. Wie, da gab es Aussagen, die halt gar nicht gingen. Ich bin auf jeden Fall nicht die Einzige, aber ich glaube, dass nicht jeder weiß, dass es tatsächlich so passiert. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man darüber auch redet. Wenn man nicht darüber redet, wird es auch nicht besser. Und deswegen habe ich mich auch gemeldet. Wie hat sich das denn bei dir geäußert? Also es fing tatsächlich so an mit der obligatorischen Flüchtlingskrise. Ach Mensch, was wollen die denn hier überhaupt und so. Es ist dann auch irgendwann so was viel wie, ja, also Hitler würde sich jetzt ja auch im Grabe umdrehen. Irgendwann hat es ein Ausmaß angenommen, wo ich dann gedacht habe, wow, wann ist das passiert? Das ist schon, das ist schon krass. Wenn du das erste Mal vom Tisch aufstehst, dann wird dir das erst mal so richtig bewusst und du gehst einfach auf einem Kindergeburtstag. Oh, wundervoll, natürlich. Der obligatorische Hitler-Vergleich, der inhaltlich für uns jetzt absolut wertlos ist. Denn wir kennen den Kontext nicht, in dem diese Aussage getätigt wurde. Wir wissen auch gar nicht, ob diese Aussage überhaupt so getätigt wurde. Wir können das jetzt alles glauben oder auch nicht. Aber den wolltet ihr unbedingt drin haben, gell, liebe Bento-Redaktion? Der war euch sogar so wichtig, dieser Satz, dass ihr den in den verdammten Titel reingeschrieben habt. Ja, wunderbar. Keine Bento-Folge ohne irgendeine Hitler-Anspielung oder irgendeinen Hitler-Vergleich oder sonstiges, was sich in irgendeiner Weise auf Hitler bezieht. Man könnte fast meinen, ihr seid besessen von diesem Mann. Also, wundervoll. Ich bin ja jetzt wirklich sehr, sehr erheitert, so nachdem ich jetzt so mal die ersten Aussagen von ihr mir angeguckt habe. Und jetzt vor allem am Ende, ja, ich stehe da auf, ne, auf so einem Kindergeburtstag, weil, ja, zum ganz, ganz böse Menschen, ne. Also, wir werden jetzt in der Folge gleich sehen, was sie tatsächlich zu diesem Schritt bewegt hat. Aber das ist das grundsätzliche Problem der Linken da draußen. Die chronische Unfähigkeit, Diskussionen auch über einen Grad hinaus zu führen, an dem beide Parteien eigentlich am liebsten vom Tisch aufstehen würden, weil sie es schier nicht mehr aushalten. Das gehört aber dazu, zu einer Gesprächskultur dann eben trotzdem mal drei Meter an den eigenen Geduldsfaden dranzuhängen und dann das Gespräch in die nächste Runde überzuleiten. Und wenn man dann ein paar Stunden diskutiert hat und immer noch nicht auf den grünen Zweig gekommen ist, das kann ja im Rahmen einer Familienfeier durchaus mal vorkommen, dann gehen beide Parteien ins Bett, haben sich zwar nicht gegenseitig überzeugt und werden ihre Meinung vermutlich auch nicht unbedingt ändern, aber sie haben sich zumindest mal die Gegenseite angehört und wissen, worum es dir Gegenseite entsprechend geht. Das ist doch der Punkt. Man führt keine Diskussion alleine, um Leute zu bekehren, ja, wir sind ja nicht bei der Kirche, wir wollen hier keine Heiden irgendwie zum Christentum bekehren oder so. Sondern es geht hier darum, dass man den Diskurs weiterhin offen hält und offen führt und entsprechend auch, wenn schon keine Überzeugung, dann zumindest mal eine Annäherung der beiden Lage erreichen kann in diversen Fragen. Und wer dazu nicht bereit ist, der sollte es vielleicht grundsätzlich mal mit politischen Themen lieber lassen, denn jemand, der immer nur den Schachttisch umkippt, sobald er in die Bredouille kommt, der ist halt einfach für eine Diskussionskultur nicht tauglich. Aber gut, jetzt werden wir uns mal die konkreten Umstände anhören, da bin ich ja schon sehr gespannt. Kannst du dich noch erinnern, was das war in der Situation? So eine Pension, die hat einfach aufgehört, so das Geschäft weiterzuführen und die Stadt damals oder die Gemeinde da hat entschieden, dass da halt eben syrische Familien reinkommen. Und daneben hat halt eben einer meiner Verwandten gewohnt und meinte, ja, das kommt doch jetzt hin. Und meine Kinder wohnen dann ja auch direkt da und die werden dann ja mit den Kindern da zusammenspielen. Und dann meinte ich so, ja, wo ist denn das Problem? Ja, Kinder in der Nachbarschaft sind doch super. Ja, aber solche Kinder, ich weiß ja nicht. Es sind ja Flüchtlingskinder, ich weiß ja nicht, was die denen beibringen oder so. Alles klar, tschüss. Ich gehe. Da bin ich weg. Um Gottes Willen. Es steht in Deutschland schlimmer als ich dachte. Da hast du ja einen richtigen Nazi gespottet. Wahnsinn. Jemand, der seine Bedenken bezüglich der Sicherheit seiner eigenen Kinder äußert, weil er die neuen Nachbarn nicht richtig einschätzen kann und auch nicht weiß in der Tat, wie es da um die kulturellen und erziehungstechnischen Verhältnisse steht. Das ist ja Wahnsinn. Also ab ins Gulag mit dem, Alter. Sofort weg. Hol deine Leute von der Antifa, damit sie diesem Penner mal ein bisschen Vernunft in den scheiß Schädel prügeln können. Das ist ja unglaublich, ne? Und da sitze ich hier noch und denke mir noch, ach so, ach, wir haben doch gar kein Problem mit Rechten in Deutschland. Nein, es gibt Leute, die Bedenken haben. Bedenken zu haben ist das größte Verbrechen gegen diesen Staat. Löscht sie aus. Bedingungslos. So, Entschuldigung. Ich habe mich jetzt so ein bisschen in die Rolle reingesteigert. Ne, jetzt mal im Ernst. The fuck? Ist das dein Problem? Du bist das Problem. Weil du es nicht aushältst, wenn Leute erst einmal grundsolide Bedenken äußern. Übrigens, diese Bedenken haben sich ja in diversen Fällen dann auch bestätigt. Aber ich verweise nur immer wieder mal auf die Kriminalstatistiken. Jetzt natürlich nicht unbedingt in diesem konkreten Fall. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Aber ich meine, es ist ja an sich erst einmal nichts Schlimmes, wenn man mit der neuen Situation erst einmal konfrontiert wird und da erst einmal mit einer gewissen Grundvorsicht drangeht. Aber nein, jeder, der nicht bedingungslose Begeisterung für diese Entwicklung hier zeigt und der hier klatschend mit Teddys am Bahnhof steht, das ist natürlich gleich ein Nazi. Das muss ja auch so sein. Und da geht man dann auch weg. Weil wir wissen ja, rechtes Gedankengut ist ja ansteckend. Also das ist wirklich, das ist so, das frisst einen von innen auf und dann später ist dann der Kopf einfach nur noch ersetzt und man ist so ein rechter AfD-Zombie, der dann durch die Straßen rennt und andere versucht irgendwie anzustecken mit seiner Meinung. Ihr merkt schon selber, wie lächerlich das Ganze ist, ne? Also jetzt spätestens wäre so der Punkt, an dem ich den Kopf gegen die Tischplatte hauen möchte. Aber wisst ihr was? Ich werde mal kurz den Doc anrufen. Der hat nämlich eine Pfanne und ich habe gerade sehr große Lust, mir diese Pfanne mal so richtig über den Schädel zu hauen, um die Erinnerungen an die letzten zwei Minuten komplett aus meinem Gedächtnis zu tilgen. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt zwar nicht, was passiert ist, aber ich habe jetzt eine Beule und eine kaputte Pfanne in meinem Haus. Also ich weiß nicht, irgendwie kommt mir die Pfanne bekannt vor. Ich weiß nicht, wem die gehört, aber der Besitzer wird sich bestimmt melden, wenn es nicht ich selber bin. Ich besorge im Zweifel eine neue. Also egal. Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas mit Bento. Mit Minute vier. Ach was, nein. Wir haben ja noch sechs Minuten. Ach du liebe Zeit. Okay, vielleicht wird mein Pfannenverbrauch heute ein bisschen höher. Gut, wir machen jetzt einfach weiter. Das lasst euch da gar nicht verunsichern. Wir gucken uns den Rest jetzt an. Es ist deprimierend als junger Mensch, wo du so dieses Konstrukt von Familie eigentlich hast. Ja, das ist irgendwie ein bisschen weg. Denk immer irgendwie so, die Familie, das ist ein sicherer Hafen. Das ist eine Gruppe von Menschen, die eigentlich immer nett und lieb ist und vielleicht auch immer was Gutes will. Und auf einmal merkt man so mit solchen Aussagen, okay, die wünschen anderen Menschen was Schlechtes, die wirklich nichts dafür können. Und dann ist es halt echt traurig, weil ich einfach nicht verstehe, warum sie so viel Hass gegen etwas haben, was sie vielleicht auch selber sogar kennen. Das sind Menschen, die halt mal in Russland gelebt haben oder in der ehemaligen Sowjetunion und Ende der 80er, Anfang der 90er selbst mal hier als Fremde tatsächlich hingekommen sind. Was? Du bist gegen Feminismus, aber du bist doch eine Frau. Was? Du bist gegen Body Positivity, aber du bist doch übergewichtig. Was? Du bist konservativ, aber du bist doch noch so jung. Was? Du bist gegen offene Grenzen, aber du bist doch Migrant. Vielen Dank, Astudemi. Genau das ist mir nämlich auch gerade durch den Kopf geschossen, wie die Kugel aus der PPK, die sich Hitler an den Schädel gehalten hat, als er seine Gasrechnung gesehen hat. Und an die ganzen Humorbehinderten, Schrägstrich Asperger-Patienten, Schrägstrich links regressive Vollidioten da draußen, das war ein Witz. Schrägstrich nicht ernst gemeint. Schrägstrich geh dich bitte in die Ecke stellen, zum Schämen sollst du diesen Witz nicht verstanden haben oder ihn etwa auf moralische Integrität überprüft und nicht als tauglich befunden haben. So, wo war ich gleich? Ach so, richtig. Denn wir haben ja gelernt, für Migration muss man quasi sein, wenn man Migrant ist, weil, ja, dieses typische Bild von wegen man sägt auf dem Ast, auf dem man sitzt, aber dass eben viele hervorragend integrierte Migranten ihre Integrationsleistung, die sie in Deutschland erbracht haben, nun in Gefahr sehen, dadurch, dass wir die Masseneinwanderung hier forcieren, das kommt vielen linken Ideologen ja gar nicht in den Sinn, weil ganz ehrlich, die Migranten sollen gefälligst in irgendwelchen Vierteln dann vor sich hin vegetieren und alle vier Jahre dann aus Dankbarkeit ihr Kreuzchen bei irgendeiner linken Partei machen, die halt einwanderungsfreundlich ist und gut ist. Das ist ja die Doppelmoral dahinter. In Wirklichkeit interessiert man sich ja gar nicht für diese Menschen, sondern die werden im Zweifel lieber als Wahlvieh missbraucht. Das ist halt so eine Sache, da wird es dann irgendwann kritisch. Und ich sage euch mal eins, wenn wir hier in Deutschland dann tatsächlich mal die erste muslimische Partei haben, die sich ausschließlich mit muslimischen Inhalten beschäftigt, dann werden sehr, sehr viele Wähler, die bis jetzt eigentlich immer ihr Kreuzen bei der Linken, bei den Grünen oder bei der SPD gemacht haben, die werden dann ihre Meinung ganz schnell ändern. Und genau dann ist der Punkt erreicht, an dem dieses ganze System hier wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen wird, weil dann eben genau dieser einwanderungsfreudige Kurs ihre Väter fressen wird. Aber naja, jetzt mal genug der Zukunftsprognosen meinerseits. Ja, ihr habt jetzt glaube ich schon den Kritikpunkt an dieser Äußerung der werten Frau verstanden. Also mal schauen, wie es weitergeht. Ich werde hier ein bisschen zurechtschneiden, weil das jetzt dann doch ein bisschen nervig ist hier. Das wird jetzt dann auch schon etwas länger. Wir sind ja nicht einmal bei der Hälfte. Wir müssen dann mal langsam zur Potte kommen. Glaubst du, dass die Umgangsweise deiner Verwandten mit dir sich verändert hat? Ja, definitiv. Also sie sind mir gegenüber jetzt auch ganz anders und wissen vielleicht auch, dass ich dadurch verletzt bin, wenn sie so eine Aussage treffen. Und ich glaube, deswegen meiden sie inzwischen Themen dieser Art, wenn ich zu Hause bin. Nein, wir haben jetzt hier Geburtstag oder das ist jetzt Weihnachten. Darüber reden wir jetzt nicht mehr. Und dann wird es dann einfach so, ich sage mal, vom Tisch geschoben. Einfach an die nächste Ecke. Aber stehen tut es da ja irgendwie immer noch. Ja, was denn jetzt? Wie soll man mit dir umgehen? Soll man mit dir diskutieren? Da stehst du ja auf und gehst einfach und brichst das Gespräch ab. Oder soll man mit dir nicht diskutieren und auf deine emotionalen Befindlichkeiten Rücksicht nehmen? Da machen sie es dir offensichtlich auch wieder nicht recht. Weil ansonsten würdest du das Ganze ja hier nicht als Faktor mit ansprechen. Es ist doch in Wirklichkeit nicht das Problem, dass die Leute nicht mit dir reden wollen. Du bemerkst offensichtlich, dass du mit deiner Meinung in deinem Familienkreis in der Minderzahl bist und diese Situation macht dir zu schaffen. Ist nicht so, dass das unverständlich wäre. Aber ich wollte es mal klar angesprochen haben. Du versuchst natürlich irgendwie erstmal mit Fakten das alles irgendwie ein bisschen wieder runter zu drücken. Da wird einfach gesagt, nee, stimmt nicht. Und wenn du mit Fakten irgendwann nicht mehr drankommst, dann fragst du dich halt auch, okay, was soll ich denn jetzt noch tun? So, welche Fakten? Worum ging es genau? Kannst du ein Beispiel bringen, wo du Fakten nennst, die andere nicht hören wollen? Ansonsten kann ich einfach nur sagen, ist das hier wirklich nur eine absolute Null-Aussage, die jetzt die Gegenseite delegitimieren soll. Was anderes kann ich da nicht reininterpretieren. Tut mir leid. Nenne mir ein konkretes Beispiel, wo du Fakten nennst, wo die Gegenseite einfach sagt, nee, stimmt nicht. Sorry, ansonsten ist das hier wirklich absolut von Null-Wertigkeit. Aber gut, weiter geht's. Rechte Gedanken der Familie sind ein schwieriges Thema. Es trifft uns dort, wo es besonders wehtut. Doch wie kann man damit umgehen? Darüber spreche ich mit Lisa Hempel in Bremen. Lisa Hempel, mein Name von der Fachstelle Rechtsextremismus und Familie, angesiedelt beim Liedezer Haus in Bremen. Wir sind eine bundesweite Fachstelle, die sich zu allen Themen rund um das Thema Familie und Rechtsextremismus befassen, Fortbildung geben und aber auch Ratsuchenden Unterstützung bieten. So, also, wir sind jetzt hier wieder mal bei der Verrühre- und Herrscherschiene angekommen. Ich dachte zwar eigentlich, es geht um Rechte Äußerungen im Familienkreis, aber offensichtlich packt man jetzt wieder irgendwelche Rechtsextremen mit rein. Aber wir ignorieren diesen Bias an dieser Stelle einfach mal und schauen uns die entsprechende Expertin jetzt mal da an. Ja, um das Ganze jetzt mal grob zusammenzufassen, im Grunde eigentlich das übliche Geschwätz, was man so von handelsüblichen Psychologen zu hören bekommt. Man muss den Leuten zuhören, man muss vielleicht auch im Familienkreis dann bestimmte Themen ausklammern und so weiter. Das sind im Übrigen alles so Dinge, die eigentlich automatisch im Familienkreis passieren, wenn man merkt, dass da extrem harte Meinungen aufeinanderprallen, die nicht unbedingt durch einen Kompromiss zu vereinigen sind. Aber das ist jetzt hier keine revolutionäre Erkenntnis. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier an dieser Stelle überspringen. Ihr könnt euch das ganze Interview, wie gesagt, im Originalclip reinziehen. Ich werde das an dieser Stelle jetzt mal ausklammern und wir gehen direkt über zur nächsten Frage, die die Moderatorin hat. Übrigens, das möchte ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Sag mal, habt ihr nur ein so Steckmikrofon gehabt? Also das, was man sich so an die T-Shirts dranklippt, damit man auch was hört? Ich weiß nicht, weil die Moderatorin ist überhaupt nicht richtig zu hören. Und die andere Gesprächspartnerin dafür ein voller Lautstärke. Also irgendwas ist da wohl schiefgelaufen. Aber naja, was soll's. Ist jetzt nur so eine Randbemerkung. Gehen wir mal direkt weiter. Wir haben auch in vielen Rückmeldungen zu unserer Anfrage gehört, ich weiß nicht mehr weiter, die sind nicht offen für Argumente. Was redet man dann? Es gibt tatsächlich auch so was wie so Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Das mag in einigen Fällen ganz gut sein. Kann aber tatsächlich auch genau zum Gegenteiligen führen, weil man sich immer in so eine Argumentationsschleife begibt mit dem Gegenüber und die Leute in der Regel rhetorisch und argumentativ geschult sind. Und es ihnen häufig nicht um Fakten geht, sondern um emotionalisierte und gefühlte Wahrheiten. Und da komme ich dann, selbst wenn ich das beste Faktenwissen habe, komme ich nicht gegen an. Klar, natürlich, so kann man's auch machen. Man kann jetzt einfach sagen, die Leute wollen nur gefühlte Halbwahrheiten von sich geben und denen geht's gar nicht um die richtigen Fakten und überhaupt. Wir erklären einfach die Gegenseite quasi zum Stammtisch. Ja, der Stammtisch ist ja immer so das Sinnbild für unausgegorene, gefühlte Meinungsmache, die da ausgeplaudert wird. Ja, das ist natürlich ganz, ganz toll. Das wird einem Diskurs sehr helfen, wenn ich die Gegenseite schon mal grundsätzlich als Stammtisch zu delegitimieren versuche, beziehungsweise die Positionen, die vertreten werden, als Stammtischparolen-Abkanzel. Aber, naja, was soll ich dazu sagen? Das ist das übliche Muster, was man von deren Schlag Mensch so zu hören bekommt, wenn es tatsächlich mal ums Diskutieren mit der Gegenseite geht. Aber interessant, also sie weiß offensichtlich auch nicht so ganz, was sie will. Also entweder sind das stumpfe Stammtischparolen, die da geäußert werden, oder die Leute sind tatsächlich argumentativ geschult und haben gar keine so schlechten Argumente, aber, naja, man weiß ja eben nie, auf wen man so trifft. Ja, aber das ist eben typisch hier wieder, will man mit den Leuten argumentieren oder will man es sein lassen? Naja, man sollte es tun. Man sollte in jedem Fall mit jedem sich argumentativ messen. Und wenn jemand tatsächlich rhetorisch und argumentativ geschult ist, dann kann man da auch entsprechend die Diskussion gewinnen. Und nein, es geht nicht darum, dass da immer Halbwahrheiten oder gefühlte Wahrheiten im Spiel sind, sondern es geht auch oftmals um die Interpretation der Fakten. Es geht auch ums Menschenbild, was da dem Ganzen zugrunde liegt, jetzt ohne hier da tatsächlich mal direkt ins Detail gehen zu wollen. Aber ich glaube, ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte. Na, da sind einfach unterschiedliche Ansätze vorhanden. Aber was erzähle ich euch das? Ihr wisst das ja. Wir kommen jetzt mal direkt zum nächsten Punkt. Mal schauen, was sie noch jetzt hier sozusagen hat. Wir nähern uns langsam, aber sicher doch dann dem Schluss. Auch im familiaren Kontext zu gucken, wo sind einfach auch eigene Grenzen, also die vielleicht auch nochmal in der Beratung gemeinsam rauszuarbeiten. Wie genau funktioniert sowas? Genau, es kann manchmal ein sehr schmerzvoller Prozess auch sein, weil grundsätzlich sich mit diesem Thema Rechtsextremismus zu beschäftigen, hat halt auch sehr viel mit einem selber zu tun. Und der Frage, wie stehe ich eigentlich zu diesem Thema? Wie stehe ich irgendwie zu Demokratie, zu Menschenrechten, zu einem gleichberechtigten Miteinander? Ich würde sagen, ja, man muss darüber reden und man muss sozusagen auch eine klare Haltung zu dem Thema haben. Das ist nicht einfach was nice to have, sondern das ist auch tatsächlich die Frage von Wir leben in einer Demokratie, da selber sehr klar auch zu sein und sehr klar auch Rassismus als das zu benennen, was es ist. Und auch zu sagen, das, was du da gerade gesagt hast, finde ich massiv menschenverachtend. Weil natürlich, und das ist nochmal eine Perspektive, die auch super wichtig ist, es eben auch Betroffene davon gibt. Und auch wenn man in einem öffentlichen Raum rassistische Äußerungen mitbekommt, gibt es Betroffene davon. Und sich da auch zu solidarisieren und sehr klar eine Haltung zuzuhaben, ist absolut wichtig. Ja, ja, werte Frau Hempel, das ist jetzt alles absolut wichtig. Ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt hier von Konflikten in familiären Kreisen über das Verständnis von Demokratie auf Rassismus im Alltag oder im öffentlichen Raum zu sprechen kommen, aber ich habe jetzt auch schon keinen Bock mehr dem hinterherzusteigen. Ganz ehrlich, es hat hier in meinem Zimmer 32 Grad. Ich schwitze wie Sau und während ich aufnehme, kann ich auch nicht den Ventilator laufen lassen. Deswegen verwandelt sich mein Gehirn gerade so langsam wie so ein Schokohase auf der Herdplatte in so eine breiartige Masse. Ich muss das Ganze hier schnell zum Ende bringen. Also das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Sie kann echt froh sein, dass ich gerade nur dazu in der Lage bin, drei, vier Sätze im Voraus zu formulieren war. Ansonsten würde ich da jetzt wirklich detailreich drauf einsteigen, was das gerade für ein völlig zusammenhangsloser Schwachsinn war. Aber gut, ich meine, klar, wer eine Position vertritt, die dem Mainstream nicht passt, der muss halt dann damit leben, von solchen Leuten entsprechend in irgendeine Extremismus-Ecke gestellt zu werden. Gut, wo war ich? Achso, ja, richtig, wir nähern uns ja langsam aber sich dem Ende. Wir sind jetzt bei neun von zehn Minuten schon fertig. Auf geht's zum Endspurt. Ich verstehe Leute, die sagen, ich werde da nichts sagen, weil ich möchte, dass es friedlich bleibt. Gerade Familie scheint irgendwie eine Gruppe zu sein, wo man einfach sehr viel Harmonie auch gerne haben mag. Das verstehe ich alles. Wenn es manchmal wirklich komisch ist, seiner Großmutter so etwas sagen zu müssen, weil das ist ja immer die Großmutter. Ich finde, immer nur den Mund zu halten, ist auch schwierig, weil es gab auch mal eine Zeit, da haben Leute den Mund gehalten und das ist nicht so gut gelaufen. Mit der Hoffnung irgendwie hin, dass es irgendwie vielleicht dann doch mal irgendwie in Groschen fällt, würde ich immer lieber mehr einmal was sagen und mich einmal kurz unbeliebt machen, als irgendwie die Schnauze zu halten. In euren Rückmeldungen wurde oft beschrieben, dass jetzt wieder über Politik gesprochen werde und das liegt wohl nicht zuletzt an einer Partei im Bundestag, der AfD. Wie sich diese so schnell radikalisierte und wie es ist, mit ihren Abgeordneten im Bundestag zusammenarbeiten zu müssen, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Für Feedback, Fragen oder Kritik, schreibt uns eine Mail an nachdenrechtensehen.atbento.de Und wieder Flux eine Anspielung aufs Dritte Reich untergebracht. Heieiei, wirklich auf euch ist echt Verlass. Nach diesen Hitler-Vergleichen kann man wirklich die Uhr stellen. Das kommt in jedem Video mindestens ein bis zwei Mal vor. Ansonsten ist das ja hier wieder kein Bento-Video. Naja, wie ihr schon angeteasert gesehen habt, es wird demnächst wohl einen weiteren Teil geben aus der Reihe nach den Rechten sehen. Mal gucken, vielleicht mache ich da was dazu. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, wenn es mal wieder ein bisschen abgekühlt hat. Das ist hier so verdammt nochmal heiß. Aber gut, ich denke mal, was soll ich jetzt dazu abschließend sagen? Das ganze Video war erschreckend inhaltsleer. Bis auf die wenigen Punkte, die ich dann tatsächlich konkret angesprochen habe. Es geht im Wesentlichen darum, dass diese Leute absolut nicht konfliktfähig sind. Und ja, wie man damit umgeht, muss im Prinzip jeder selber wissen. Also ich verstehe es natürlich, wenn sie sagt, sie möchte sich weiterhin unbeliebt machen. Klar, kann sie machen, aber sie muss dann eben auch damit rechnen, dass da Gegenreaktionen kommen. Beziehungsweise, dass sie dann eben entsprechend argumentativ auch sich wappnen muss. Das ist einfach so. Wenn sie Diskussionen vom Zaun bricht, dann muss sie aber auch diese Diskussionen durchhalten. Aber ich denke mal, das wird jeder verstehen, der schon mal entsprechend philosophisch, schrägstrich politisch sich mal in ein schwieriges Gespräch begeben hat. Das funktioniert nicht anders. Aber ich sage ja, das Problem liegt in dem Fall eigentlich nicht bei ihrem familiären Umfeld, sondern bei ihr selber, weil sie mit der Situation nicht zur Rande kommt. Aber ja, ich fange an, mich zu wiederholen. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle auch. Ich würde jetzt mal sagen, ich für meinen Teil verabschiede mich für heute. Ich gehe mich jetzt erst einmal die nächsten Stunden in die Eistonne hauen und da mal gucken. Also ich weiß ja nicht, wie das Wetter bei euch gerade ist hier. Also in Wien hat es hier gerade so zwischen 32 und 35, 36 Grad. Also hier, wir schmelzen alle insane. Aber naja, vielleicht wird es die nächsten Tage auch mal wieder ein bisschen erträglicher. Ich jedenfalls bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das Ganze so seht. Ansonsten, ich habe mir schon mundfusselig geredet, man merkt es in meiner Stimme. Wir hören uns dann wieder bei nächster Gelegenheit. Also entweder hören wir uns mal wieder auf Discord oder wir sehen uns in den Kommentaren oder was. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Servus und tschau. Ihr Sterne seid uns Zeugen, die ruhig wieder schauen, denn alle Brüder schweigen und falschen Götzen frauen. Wir wollen das Wort nicht rechnen, die Tromen werden ein und wenigen uns sprechen vom alten Deutschen ein. Wir wollen das Wort nicht rechnen, die Tromen werden gleich und regeln uns sprechen vom alten Deutschen ein.